Fresh Future Made in Germany. Deutsche Maschinenbauer sind weltweit führend und bieten unter anderem den Beruf des Packmitteltechnologens in der Ausbildung an. Doch nicht nur das. Wie werde ich Modedesigner? Eine Modeschule gibt Tipps zum Einstieg und mit kreativen Fachrichtungen geht es weiter. Fotodesign, Grafikdesign und Mediendesign. Hierüber informiert die Lazi Akademie. Auch über die richtige Beratung zur Auswahl von Vorhängen und Teppichböden berichtet Katrin Wesel von der Jobs for Future. Los geht es aber mit einer Seifenkiste. Und zwar mit einer, die sehr professionell gebaut wurde. Sagen Sie mal, wo sitze ich hier eigentlich drin? Das ist eine Seifenkiste. Das ist ein Projekt von unseren Industriemechanikern. Wir machen jedes Jahr ein Entwicklungsprojekt, wo man dann entweder in Richtung Mechatronik oder jetzt hier in Richtung Industriemechanik unabhängig von unseren Produkten mal was macht, wo die Azubis sich konstruktiv ein bisschen auslassen können. Und wo war es ganz anderes. Es wurde eine Technik unabhängig von unserem eigentlichen Produkt dann eben was ganz anderes als es ist. Und das war so ein Projekt Seifenkiste. Und der Hintergrund war dann, wir machen eine Seifenkiste und wir wollen damit auf dem Rennen gehen. Und wir waren damit auch schon auf dem Rennen. Und gewonnen haben sie nicht, aber der zweite Platz war es. Und war auch ganz okay. Sie haben bestimmt nicht gewonnen, weil ich nicht drin gesessen habe. Womöglich, womöglich. Ohne Maschine kommt kein Produkt in die Verpackung. Verpackungsmaschinen made in Germany decken die komplette Bandbreite ab. Von einfach bis komplex. Je nach spezifischen Kundenbedürfnissen entwickeln die deutschen Maschinenbauer individuelle Lösungen für jedes Lebensmittel. Unabhängig von Land und Region. Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen gehören zu den Königsdisziplinen des deutschen Maschinenbaus. Als Exportweltmeister sind die deutschen Hersteller von Verpackungsmaschinen in nahezu allen Ländern der Welt unterwegs. Mit ihrem technischen Know-how leisten die deutschen Maschinenbauer auch einen erheblichen Beitrag, um den Verlust von Lebensmitteln zu reduzieren und die zunehmende Weltbevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Denn Verpackung hilft, wertvolle Lebensmittel zu schützen und haltbarer zu machen. Weltweit. Frau Schwörer, Sie bilden auch aus. Jawohl, wir bilden verschiedene Berufe aus, im Kaufmenschen wie im gewerblichen Bereich. Und unser Hauptausbildungsberuf, das ist der Packmitteltechnologe. Der ist relativ unbekannt, aber hat ganz vielseitige Möglichkeiten, nachher in der Verpackungsmittelbranche zum Einsatz zu kommen. Die Frau Schlath arbeitet in der Modeschule Brigitte Kehrer und möchte uns ein bisschen was zur Ausbildung erzählen. Sie bilden aus bzw. fördern Jugendliche in der Kreativität. Erzählen Sie mir ein bisschen mehr. Also wir bilden Schüler ab der Hauptschule, 16 Jahre Mindestalter, zur Modedesignerin aus. Das heißt, die kommen zu uns, müssen noch keine Vorkenntnisse haben. Sie kriegen alles beigebracht. Wir fangen in allem bei Null an. Das heißt, Sie müssen keine Mappe einreichen. Das Zeichnen fängt an mit Strichmännchen und überhaupt. Man geht weiter auf den Entwurf. Der Entwurf wird ab dem dritten Semester auch im Computer mitgemacht, weil viele Firmen doch auch schon Computer haben. Nicht alle, aber die Schüler müssen es einfach wissen. Dann geht es weiter über den Schnitt. Sie lernen Maß nehmen, Sie lernen Schnitte erstellen, vergrößern, verkleinern. Sie können zuschneiden und können auch das Ganze dann nähen. Wie lange geht denn so eine Ausbildung bei Ihnen? Die Ausbildung dauert bei uns zweieinhalb Jahre, fünf Semester und ist in Stuttgart und in Mannheim. Was für Firmen sind es denn, die sich dann melden? Möchten Sie mal ein, zwei interessante Namen nennen? Gut, ich weiß nicht, jetzt so schnell auf die, also Betty Barclay auf jeden Fall. Bei Hugo Boss in Metzingen sind einige, auch bei Markeen im Stuttgarter Raum sind etliche Formen. Es ist natürlich so, man muss in dem Beruf flexibel sein und überall hingehen. Was für Mindestvoraussetzungen muss ich denn sonst noch mitbringen? Eine gewisse Kreativität muss da sein und auch handwerkliches Geschick und auch ein bisschen Talent. Also wenn man jetzt zwei linke Hände hat, muss man den Beruf nicht ergreifen. Das hat also keinen Sinn in dem Fall. Sind Sie das erste Jahr auf der Messe in Schwenning? Nein, wir sind von Anfang an hier. Wir sind jetzt das zwölfte Mal da. Und was sagen Sie, wie läuft es, wenn Sie auf der Messe waren? Also wir sind sehr zufrieden, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Aber es bringt für uns viel. Die Schüler sind sehr interessiert, die hier vorbeikommen. Wir merken es auch jetzt am Samstag, sie bringen die Eltern mit. Sie waren Donnerstag schon da, kommen heute wieder. Also wir finden es sehr gut hier. Frau Eckensberger arbeitet viel mit Teppich und Tapeten, Gardinen und Sonnenschutz. Möchten Sie vielleicht ein bisschen was über Ihren Beruf erzählen? Was haben Sie gelernt? Ich habe hier bei der Firma TTL gelernt vor knapp 14 Jahren. Ich habe die Einzelhandelskauffrau gemacht und mittlerweile bin ich Gebietsleiterin hier unten in der Region und konnte eine tolle Karriere machen bei uns im Unternehmen. Sie haben auch ganz nette Chefs. Ich frage mal hier. Ihr Name ist? Jochen Belou. Und Sie sind? Markleiterin Villinge. Sie sagt, sie ist schon 14 Jahre bei Ihnen. Dann muss es toll sein, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Machen Sie mal ein bisschen Werbung bei Ihnen. Kann man auch Ausbildung machen? Bei uns kann man Ausbildung machen, Verkäufer im Einzelhandel oder Fach. Man macht es mit Tapeten, mit Gardinen, mit Teppichböden. Innovativ, bunt, modern. Also es werden nicht nur Orzen in die Regale geräumt und in der Kasse abkassiert. Bei uns wird richtig was geleistet. Innovativ halt. Das heißt, man muss die Teppichböden auch verlegen können? Das machen speziell unsere Bodenleger. Auch selbst das könnte man bei uns mittlerweile als Ausbildungsberuf mitmachen. Und zu welchem Datum stellen Sie ein? Ab 1. September, wenn es dann die Ausbildungsjahre beginnt, stellen wir wieder ein. Sind Sie das erste Mal auf der Messe hier? Wir sind zum ersten Mal da und ich glaube auch nicht zum letzten Mal. Und was erhoffen Sie sich jetzt von der Zeit hier? Ja, den Bekanntheitsgrad zu steigern, um natürlich den jungen Leuten zu zeigen, dass es auch bei uns Ausbildungsplätze gibt. Wir haben Filialen in Alpstadt, Balingen, Tuttlingen. Auch dort suchen wir Leute und wollen einfach uns den Bekanntheitsgrad steigern. Und was müssen Jugendliche mitbringen, die gerne bei Ihnen arbeiten möchten? Also ein guter Hauptschulabschluss reicht. Realschulabschluss wäre natürlich gute Noten schon von Vorteil, klar. Was sind denn, jetzt komme ich wieder zu Ihnen, die Karrieremöglichkeiten? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn jemand sagt, hier mache ich eine Ausbildung, ich würde gern bleiben. Ja, es gefällt mir, wie Sie auch. Was haben die für Möglichkeiten? Ja, wir haben verschiedene Positionen im Markt direkt selber. Man kann die Abteilungsleiterin der Gardine zum Beispiel werden. Man kann stellvertretender Marktleiter werden oder selbstverständlich auch der Marktleiter selber dann. Das kann man relativ schnell erreichen, wenn man ein bisschen flexibel ist. Wir bilden direkt aus. Das heißt, auch jede Niederlassung hat einen direkten Ausbilder nochmal vor Ort. Und da kann man sich weiterentwickeln. Und dann bieten wir auch an den Handelsfachwirt, dass der dann noch begleitend zum Beruf ausgeübt wird. Was ist denn das Besondere hier in diesem Betrieb? Also das Besondere ist, dass wir viel Abwechslung haben. Das heißt, wir arbeiten mit den Kunden zusammen ziemlich eng. Wir beraten vor Ort, wir gehen zu den Kunden nach Hause, wir montieren das Ganze auch. Also wir sind von vorne bis zum Ende, sind wir komplett dabei eigentlich, genau, wenn der Kunde zu uns kommt. Das heißt auch, man muss Menschen mögen, oder? Wenn man gerade so viel mit ihnen zu tun hat. Ja, das auf jeden Fall. Aber es macht auch Spaß. Lernt man denn Kommunikation und Menschenkenntnis ein bisschen während der Ausbildung? Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt so viele unterschiedliche Leute, die lernt man dann alle kennen. Ich bin der Dominik Lazi. Ich bin die nächste Generation im Familienunternehmen. Das ist die Lazi Akademie in Esslingen. Das ist eine private Medienakademie. Wir haben drei Fachbereiche. Das sind einmal Mediendesign, Fotodesign und Grafikdesign. Es geht drei Jahre, ist staatlich anerkannt und ist praxisbezogen. Wenn ich bei Ihnen eine Ausbildung mache, was kann ich danach machen? Danach kann man entweder auf unsere Partneruniversität und nochmal ein Master of Arts Studium ranhängen. Oder man geht in die Bereich, je nachdem welcher Bereich das ist. Die Grafikdesigner gehen ganz oft in Werbekenturen, gehen je nachdem, wo die Stärken sind. Wenn einer ein guter Photoshopper ist, dann geht er in irgendeine Abteilung und macht Photoshop, Bildbearbeitung. Wenn einer ein guter Kameramann ist, dann bewirbt man sich beim SWR vielleicht sogar als freischaffender Kameramann. Das ist in jedem Bereich ein bisschen anders. Jugendliche, die zu Ihnen kommen, machen drei Jahre Ausbildung? Ja. Und nach den drei Jahren haben Sie bei Ihnen auch die Möglichkeit zu bleiben? Nein, dadurch, dass wir schulische Ausbildungen sind, ist es danach abgeschlossen. Wir gehen dann weiter. Wir haben aber unsere ganzen Dozenten, wir sind keine Universität, alle unsere Dozenten kommen aus der Berufspraxis. Das heißt, unser Photoshop-Dozent, der schreibt selber große Photoshop-Bücher. Der ist ein freischaffender Dozent, der ist zwei Tage in der Woche bei uns und unterrichtet. Das heißt, die lernen da schon Leute aus der Industrie kennen und bekommen da schon ein bisschen ihre Kontakte und haben auch schon da Chancen auf ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz oder solche Geschichten. Was sind denn die Bedingungen, wenn sich jemand bei Ihnen bewerben möchte? Alter, Schulabschluss? Bei uns gibt es ein Aufnahmeritual. Und zwar haben wir einen Infotag und der ist einmal im Monat. Da muss man sich online für anmelden. Das geht um 13 Uhr los, vier Stunden eine Akademieführung in die Filmstudios, Fotostudios. Man kann sich alles mal angucken, man kann mit den Studenten reden, die an dem Tag da sind. Und dann, das ist unverbindlich, man kann aber im Anschluss ein Aufnahmeinterview mit dem jeweiligen Fachbereichsleiter führen. Johanna, du hast dich informiert hier, Medien, Fotografie. Woher weißt du, dass es in diese Richtung gehen soll? Also ich bin jetzt noch relativ offen, was Berufe angeht, aber für Fotografie und sowas interessiere ich mich einfach wahnsinnig. Das war schon in meiner Familie die ganze Zeit halt Hobby-mäßig eher. Also mein Vater filmt, meine Mutter fotografiert. Und mich fasziniert es einfach, wie man so besondere Momente einfach einfangen kann und dann eben immer wieder abrufen und sich daran erinnern. Und du wurdest jetzt hier gut beraten. Kannst du dir vorstellen, hier bei der Firma dann später auch mal anzufangen? Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Also es interessiert mich ja eben, wie gesagt, auch. Und es wird jetzt zwar noch eine Weile dauern, bis ich mit meinem Abitur fertig bin, aber ich werde mich da schon noch mal informieren. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 17. Und wann ist das Abitur fertig? 2016. Das heißt, es dauert noch eine Weile. Aber sehr schön, dass man sich schon jetzt informiert. Ich glaube, da steht eine Karriere an. Viel Erfolg. Danke. Kreativität war heute das Stichwort. Wenn ihr also in dieser Richtung Ambitionen habt, informiert euch auf unserer Homepage über Firmen, die diese Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Das war's schon wieder. Und ihr wisst ja, immer schön fresh bleiben. Eure Tiffany Bourosch.